wir brauchen unbedingt jetzt ein tor danke ein herzliches quack und willkommen liebe freunde zur nächsten runde rocket league mit rest in der starbase arena that's gonna be interesting schönes teil lol schade na da war verschenkt wenn auch über wie an lucky black obama und love nie absolut dann aber macht keinen sinn ich verstehe so einen namen nicht ich bin nicht mal witzig oder was ich einfach mal rum penner ah schade warte hab ich hab ich hab ich lol wie geplant all right ah man ich wollte ihnen die nahe ok ok ah da hat man fuck ja und der hat den boost geklaut hat er mir den boost geklaut ich glaube es geht los nein 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 sehr schade ja ja geht da rüber ne ach fuck ok block ah schöner blöde ja 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 da war ja noch dran ja ja o wow wau ahhh wun 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 zuerst kein problem schön gesavet der kommt kacke wir brauchen unbedingt jetzt ein tor ach so wir brauchen übrigens noch eins damit wir gewinnen dass wir nicht in over time gehen ja du machst den abdust gar nicht da ne brauchst du bist lockt ich habe den bus bekommen alles klar machen wir so ja also wir haben jetzt auf jeden fall noch mal ein bisschen überlegen verstanden wie man rocket league gewinnt ja wir müssen dann doch das runde in das eckige regen ja so rum war das ich hab das ganze gedacht was ist denn rund und wo was eckig weißt du ich hab das die ganze zeit nicht verstanden hast den drogen ja 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 die haben wir gewonnen sehr nice krankos und ricky 25 dass wir gewinnen ist auch da bist du liga 5 und ich bin ein safe in liga 4 so machen wir das erstmal machen ja das ist halt mal direkt vor schießen so dass wir noch umspielen können das du machst dir jetzt in die mitte ja nicht so ein game aber der andere war auch da kann ach da kam ich mich mit dem backflip dran danke sagt da zurück buster ss ah let's try let's try oh okay k 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 Ah! Schön! Okay. Ahhhh! Schade. Da hat die Power gefehlt. Ja. Hätte ich den reingedankt. Sorry aber ich schrieb es auch lieber hin. Ah shit. Wäre da der Backflip dran gewesen, das wäre mega nice. Ja. Keiner hinten. Leider zu leicht. Jetzt gelandet. Komm. Der war direkt neben mir. Ja ich weiß ich weiß. Schade. Da hatte ich keine Wahl. Hat er schön gesaved. Ohhhh. Spiel du, Spiel du. Ach kacke. Ahhhh. Verschenkt. Jep. Aber passiert. Das ist so intens, Alter. Meine Nerven. Ahhhh. Meine auch. Ich zappel hier einen ab. Ich zappel mir hier einen ab auf dem Stuhl. Ja, ich auch. Ahhhh. Junge. Ahhhh. F**k. Ui. Oh, schöner safe. Mach ihn. Wie denn? Wie? Hab ich. Hab ich. Shit No Boah, das ist Ich fang an zu weinen Dann hast du mich schön auf die Motorhaube geschossen Geil, oder? Das war schon geil Zack Einfach So funktioniert das Okay, die werden nervös Die werden nervös Die werden nervös Junge, was machst du? Was heißt, was mache ich? Du hast ihn direkt vor das Tor gelegt Das ist doch Unlucky as fuck Ach Ach Fuck Haben wir das nochmal raus Shit Da wurden wir nervös zum Schluss Sag mal, ich war kackt Schade Knappes Ding Knappes Ding Beide Champion Immer noch Liga Oder Immer noch Wieder Liga Drei Du bist aber immer noch Liga Vier Ja Alles klar Wenn es gefallen hat Däumchen nicht vergessen Gut Gut Und schreiben uns in die Kommentare Wir sind beim nächsten Mal wieder Haut rein Macht's gut Bis dahin Ciao Ich hab's gefallen Ihr möchtet mehr sehen Dann links oben Kanal abonnieren Links unten gibt's geilen Merchandise Vom Kanal Von anderen Leuten Und rechts Seht ihr zwei andere Videos Könnt ihr gerne anklicken Reinschauen Spaß haben Ansonsten Danke fürs Zuschauen Wünsche euch noch Einen wunderschönen Tag Bis zum nächsten Mal Mach's gut Und ciao